Grüezi miteinander! Nach 26 Schweizer Kantonen und 9 österreichischen Bundesländern müssen wir uns natürlich auch die 16 Bundesländer der Bundesrepublik Deutschland ansehen. Und in Deutschland ist die Sache etwas schwieriger. Deutschland hat nicht wie die Schweiz oder Österreich eine Art Kern, aus dem das Gebiet angewachsen ist. Deutschland ist vielmehr eine Art Puzzle, das sich aus ganz verschiedenen Gebieten zusammengesetzt hat. Und das gilt teils auch für die Bundesländer selbst. Wir haben in Deutschland Bundesländer, die erst sehr spät und sehr künstlich geschaffen wurden. Wir haben Bundesländer, die aus mehreren Gebieten zusammengefasst wurden, aber auch Bundesländer, die unter diesem Namen bereits Jahrhunderte existieren. Es gibt also keine strenge Reihenfolge, mit der ich die einzelnen Gliedstaaten vorstelle, sondern ich werde relativ spontan festlegen, welches Bundesland als nächstes kommt. Im Zentrum dieser Vorstellungen liegt, genau wie in den österreichischen und schweizerischen Beiträgen, das Wachsen und Werden des jeweiligen Landes. Wie setzt sich das Bundesland zusammen? Was lag vorher auf diesem Gebiet, beispielsweise im Deutschen Kaiserreich von 1871? Ansonsten natürlich auch Landesname und Symbole, politische Eigen- und Besonderheiten, eine etwas kleinere Vertiefung in die jeweilige Landeshauptstadt, herausragende Persönlichkeiten und, wenn es sich anbietet, etwas Kulinarik. Das als grobes Grundgerüst für diese Vorstellungen, nur damit klar ist, dass die Historie im Vordergrund steht. Beginnen wir also mit dem ersten Puzzlestück der Bundesrepublik Deutschland, in unserem Fall das Saarland. Und mit dem Saarland besuchen wir das geografisch wohl künstlichste der 16 deutschen Bundesländer. Das ist überhaupt nicht wertend gemeint. In etwa 15 Minuten werdet ihr wissen, was ich damit meine. Das Saarland liegt im Südwesten Deutschlands. Im Süden grenzt es an Frankreich, ganz im Westen an Luxemburg und auf deutscher Seite ist es von Rheinland-Pfalz umschlossen. Vor den Römern siedelten auf dem Gebiet des heutigen Saarlandes mehrere keltische Stämme. Die Vermischung mit den Römern vor etwa 2000 Jahren fand verhältnismässig friedlich und unblutig statt. Ein schönes Sinnbild für diese friedliche Vermischung wurde bei Kirkel, einer Gemeinde im Saarland, gefunden. Die keltische Fruchtbarkeitsgöttin Rosmertha und Merkur, der römische Gott des Handels, sind auf einem Sandsteinrelief Hand in Hand miteinander vereint. Man schätzt, dass dieses göttliche Kunstwerk aus dem 2. oder 3. Jahrhundert stammt. Im 4. Jahrhundert begannen die Franken, das saarländische Gebiet zu besiedeln und die gallorömischen Bevölkerungsteile zu assimilieren. Jetzt machen wir zeitlich einen riesigen Sprung. Der ergibt aber Sinn, keine Sorge. Denn von einem Saarland als politische Einheit wären wir um jene Zeit noch Jahrtausende entfernt. Gucken wir uns deshalb an, was um 1900 auf dem Gebiet des heutigen Saarlandes lag. 1900 existierte das deutsche Kaiserreich bereits fast drei Jahrzehnte und ein genauer Blick offenbart, ein Saarland oder ein Gebilde, das bereits ähnliche Grenzverläufe hat, suchen wir vergeblich. Das Saarland war zu jener Zeit noch dreigeteilt. Ein grosser Brocken gehörte zur preußischen Rheinprovinz, der Ostteil gehörte zum Königreich Bayern, zur bayerischen Pfalz und ein kleiner Teil im Norden gehörte zu Birkenfeld. Und Birkenfeld wiederum gehörte zum Grossherzogtum Oldenburg. Um 1900 herum also noch keine Spur. Wie um alles in der Welt entstand das Saarland also. Aus dem Ersten Weltkrieg. Das deutsche Kaiserreich und die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn haben den Ersten Weltkrieg bekanntermaßen verloren. Und sie hatten wieder Gutmachung zu leisten. Und hier kommen wir zum Saarland. Frankreich sollte für die Zerstörung der Kohlegruben in Nordfrankreich entschädigt werden. Und er hielt deshalb das Saarbecken. Aber nur wirtschaftlich. Politisch wurde dieses Saarbecken einem Mandat des Völkerbundes unterstellt. Ebenfalls wurde im Vertrag von Versailles festgelegt, dass nach 15 Jahren eine Volksabstimmung im Saarland durchzuführen sei, in der die Menschen selbst entscheiden können, ob sie weiterhin in dieser völkerrechtlichen Sonderlage bleiben wollen oder eine Vereinigung mit Deutschland oder Frankreich wollen. Und damit ist relativ klar, wie die Grenzen dieses ersten politischen Gebildes mit Namen Saarland oder Saarbecken zustande kamen. Die Grenzen wurden so gezogen, dass die Kohlegruben und die Wohnorte der zehntausenden Arbeiter für diese Kohlegruben innerhalb dieses Gebiets lagen. Damit können wir mit diesem Saargebiet von 1920 das erste Mal von einem wirklichen politischen Gebilde mit diesem Namen sprechen. Wirtschaftlich jedoch Frankreich und politisch einer Regierungskommission des Völkerbundes unterstellt. Dieses erste Saargebiet war geografisch noch etwas kleiner als das heutige. Wir wissen jetzt also, ab 1920 sollten 15 Jahre vergehen, bis die Menschen im Saarland darüber abstimmen können, wie es mit ihrem Gebiet weitergehen soll. Ob sie nichts ändern wollen oder sich mit Frankreich oder Deutschland vereinigen möchten. Frankreich versuchte mit dem Bau französischer Schulen und anderen gesellschaftspolitischen Neuerungen das Saarland von sich zu überzeugen, natürlich in der Hoffnung, es langfristig an sich binden zu können. Und mit kläglich ist der Versuch noch wohlwollend umschrieben. Als nämlich 1935 die Abstimmung stattfand, haben über 90% für eine Vereinigung mit Deutschland votiert. Für die Vorstellung eines Anschlusses an Frankreich konnten sich gerade einmal 0,4% der saarländischen Bevölkerung begeistern. Obwohl man davon ausgehen kann, dass sich die Saarländer jedem deutschen Staat angeschlossen hätten, unabhängig davon, ob nationalsozialistisch oder nicht, war das überwältigende Votum für Deutschland natürlich gefundenes Fressen für die Nazis. Und die haben diesen Sieg natürlich propagandistisch ausgeschlachtet. Das war aber noch nicht der endgültige Verbleib des Saargebiets bei Deutschland. Deutschland verlor auch den Zweiten Weltkrieg und damit erneut das Saarland. 1947 wurde mit dem Saarland ein eigener Staat gegründet, mit eigener Verfassung, eigener Verwaltung, ja sogar einer eigenen Fussballnationalmannschaft. Ihr erstes Spiel bestritt die saarländische Nationalmannschaft übrigens gegen eine B-Auswahl der Schweiz. 1947 war somit das Jahr, in dem das heutige Saarland gegründet wurde, aber eben nicht als Teil der Bundesrepublik Deutschland, die zu jener Zeit noch gar nicht existierte, sondern als eigener Staat. Bei Homburg im Osten gab es bis 1949 noch einige kleine Grenzverschiebungen. Dieser Staat, dieses Saarland, war aber auch eng mit Frankreich verbunden. Die langfristige Lösung, so schien es, fanden Deutschland und Frankreich gemeinsam. Das Saar-Statut von 1954 sollte den Streit endgültig beenden. Das Saarland sollte innenpolitisch autonom, aussenpolitisch europäisiert werden, als integraler Bestandteil der Westeuropäischen Union und wirtschaftlich mit Frankreich verbunden sein. Diese wirtschaftliche Anbindung war sowieso seit 1947 Realität, offizielles Zahlungsmittel war nämlich der französische Front. Die Menschen im Saarland hatten 1955 also wieder darüber zu entscheiden, wie es mit ihrer Heimat weitergehen soll. Das Saar-Statut annehmen und europäisiert werden, mit ökonomischer Anbindung an Frankreich, ja oder nein. Etwas mehr als zwei Drittel votierten gegen das Saar-Statut. Und obwohl es keine klare Regelung im Falle einer Ablehnung gab, hat sich auch Frankreich eingestehen müssen, dass diese Saarländer Deutsche bleiben oder werden wollen. Im Oktober 1956 unterzeichneten Frankreich und Deutschland den Saar-Vertrag, auch Luxemburger Vertrag genannt, der die Rückgliederung des Saarlandes in die Bundesrepublik Deutschland regelte. Am 1. Januar 1957 wurde das Saarland politisch hochoffiziell wieder Mitglied Deutschlands. 1959 wurde mit der Einführung der Deutschen Mark auch die wirtschaftliche Rückgliederung abgeschlossen. Das Saarland wurde nach zweimaligem Sonderweg nach den beiden Weltkriegen somit endgültig und bis heute deutsch. Die Integration des Saarlandes in die Bundesrepublik Deutschland ging ohne grosse Schwierigkeiten oder Konflikte über die Bühne. Kommen wir nun zum Namen und zum Wappen dieses Bundeslandes. Das Saarland ist, wenig überraschend, nach der Saar benannt, einem Fluss, der durch das gesamte Bundesland fliesst. An der Saar selbst liegen auch viele wunderschöne Orte wie die Saarschleife im Nordwesten. Die Saar, lateinisch Saravus, wurde erstmals um 371 schriftlich erwähnt in einem Reisebericht vom römischen Dichter aus Ionius. Der Begriff Saar an sich ist uralt und geht auf einen vorkältischen Begriff zurück, auf Ser, was so viel wie fliessen oder strömen bedeutet. Saarland könnte man somit mit strömendes oder fliessendes Land übersetzen, irgendwie poetisch. Dass das Saarländer Wappen vor den bundesdeutschen Farben schwarz-rot-gold prangt, erklärt sich von selbst. Das symbolisiert die Zugehörigkeit zur Bundesrepublik. Um das Wappen zu verstehen, reisen wir ein wenig in die Geschichte zurück, vor allem in die grosse Zeitspanne, die wir zu Beginn des Beitrags übersprungen haben. In der Zeit vor Napoleon und zu Zeiten des Heiligen Römischen Reichs war die Kleinstaaterei noch sehr viel ausgeprägter als danach. Vor allem das Gebiet des heutigen Deutschlands war ein riesiger Flickenteppich mit winzigen Herrschaften. Und genau auf diese Zeit bezogen sich die Saarländer, als es darum ging, ein Wappen zu kreieren. Das Gebiet des heutigen Saarlandes hatte ganz unterschiedliche Herrscher und Landesfürsten. Über die Jahrhunderte mehr als ein Dutzend verschiedene. Das Saarland pickte die vier geografisch und historisch wichtigsten Geschlechter und Herrscher heraus und setzte aus ihnen das vierteilige Wappen zusammen. Links oben haben wir die Grafen von Saarbrücken, rechts daneben die Kurfürsten von Trier, direkt darunter die Herzöge von Pfalz-Zweibrücken und die Symbolik links unten erinnert an das Herzogtum Lothringen. Heraldisch wollte man die französische Zeit verständlicherweise umgehen, deshalb dieses Wappen, das an Zeiten anknüpft, in denen ein Saarland noch weit, weit entfernt war. In nur zwei der 16 Bundesländer leben weniger als eine Million Menschen. Das Saarland ist eines davon. Mit knapp 983.000 Einwohnerinnen und Einwohnern ist das Saarland das zweitbevölkerungsärmste Bundesland. Knapp 180.000 Menschen leben in der Landeshauptstadt Saarbrücken. Und diese Stadt an der Saar wirkt wundervoll friedlich und idyllisch. Auch das wunderschöne Rathaus St. Johann ist eine richtige Augenweide. Das neugotische Bauwerk sieht so aus, als ob es schon Jahrhunderte auf dem Buckel hätte. Und das war auch beabsichtigt, als es zwischen 1897 und 1900 erbaut wurde. Interessant ist auch der Name Saarbrücken. Jetzt wird man schnell einmal auf den Schluss kommen, dass der Zusatz Brücken Brücken meint, die über die Saar errichtet wurden. So klar ist das aber grundsätzlich nicht. Eine eindeutige Quelle gibt es nicht. Die bekannteste Erklärung lautet erst einmal wirklich, dass sich der Zusatz von einem früh-althochdeutschen Begriff ableitet, der so viel wie Brücke bedeutet. Eine andere Erklärung führt den Begriff Brücken aber auf den germanischen Begriff Briga zurück. Also Saarbriga verwies nicht etwa auf eine Brücke, sondern auf einen Felsen. Endgültige Gewissheit werden wir wohl nicht mehr erhalten. Neben Saarbrücken gibt es keine wirklich grösseren Städte mehr. Im Gegenteil. Über das ganze Landesgebiet sind ganz viele Kleinstädte mit 10.000 bis 50.000 Einwohnern verteilt. Und irgendwie sieht einfach jede davon traumhaft, friedlich und schön aus. Ganz egal, ob sie direkt an der Saar oder etwas abseits von ihr liegen. Bevor wir zu einer politischen Besonderheit des Saarlandes kommen, möchte ich erst einmal betonen, dass es eindrücklich ist, wie viele sehr beliebte Bundespolitiker aus dem Saarland kommen. Da haben wir den in Ennsdorf geborenen Peter Altmaier. Gut, der ehemalige Kanzleramtsminister ist vielleicht nicht das beste Beispiel, aber in Völklingen ist die kurzzeitige CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer geboren. Ja gut, okay, auch nicht das perfekte Beispiel, aber Moment. Ah hier, in Saar-Louis ist der ehemalige Aussenminister Heiko Maas... Ne, irgendwie, Moment, ah hier, doch, jetzt. Ebenfalls in Saar-Louis geboren ist Oskar Lafontaine. Heilig Antonius, das wird ja eher schlimmer als besser. Moment, ah hier, jetzt habe ich es aber wirklich. In Neunkirchen ist Erich Honecker geboren. Kommen wir zu einer politischen Eigenheit. Ihr kennt alle die Sperrklausel. Das bedeutet, dass eine Partei bei einer Wahl eine gewisse Prozenthürde übertreffen muss, um ins Parlament einzuziehen. Das sind meist 5%. Sinn und Zweck einer solchen Sperrklausel ist es, die Zersplitterung des Parlaments zu verhindern, also zu vermeiden, dass es in einem Parlament dutzende Parteien gibt, die am Ende nicht regierungsfähig sind. Das Saarland hat vor wenigen Monaten bei der Landtagswahl aufgezeigt, wie diese Sperrklausel zum demokratiepolitischen Problem werden kann. Im saarländischen Landtag sind in der aktuellen Legislaturperiode nur drei Parteien vertreten. SPD, CDU und AfD. Die Linke ist komplett abgestürzt und weit unter die 5%-Hürde gefallen. Grüne und FDP hingegen haben nur haarscharf den Einzug ins Parlament verpasst. Das bedeutet im Klartext, von den 452.000 gültigen Stimmen sind nur knapp 352.000 im Parlament vertreten. 100.000 Saarländerinnen und Saarländer, die gültig ihre Stimme abgegeben haben, sind nicht im Landtag vertreten, also fast jeder Vierte. Das ist für ein System mit Sperrklausel der wohl schlimmste anzunehmende Fall, dass nur wenige Parteien die Hürde knacken und gleich mehrere haarscharf an ihr scheitern. Mit dem ganzen Wissen, das wir bis hierhin gesammelt haben, ist es uns möglich, ein berühmtes Denkmal im Saarland noch tiefer und allumfassender zu betrachten. Die Rede ist vom Saarpolygon in Ennsdorf. Diese Skulptur erinnert an den 2012 endgültig beendeten Steinkohlebergbau im Saarland. Diese Skulptur ist also nicht nur gesellschafts- und umweltpolitisch ein Denkmal für den über Jahrhunderte betriebenen Steinkohlebergbau, sondern auch historisch. 2012 wurde nicht nur der Abbau von Steinkohle beendet, sondern auch der historische Grund für die geografische Existenz des Saarlandes gehört seitdem der Geschichte an. Mir als Schweizer besonders sympathisch war eine saarländische Spezialität, die stark an Röste erinnert. Dibbelabbes. Dibbe ist saarländisch für Topf und Labbes bedeutet Lappen. Das Grundrezept ist relativ simpel. Kartoffeln schälen und reiben, Zwiebeln klein schneiden, das Dörrfleisch ebenso und zur Kartoffelmasse geben. Die Eier verrühren und ebenfalls der Masse beigeben, dann in einer Pfanne braten, eben ähnlich wie Rösti. Das Dörrfleisch kann man als Vegetarier natürlich weglassen. Das war früher eigentlich ein arme Leute-Essen, ein typisches Reste-Verwerten. Heute wird Dibbelabbes mit ganz unterschiedlichen Gewürzen, Gemüsesorten usw. verfeinert. Aus der Not wurde eine Tugend. An dieser Stelle folgten bei den Schweizer Kantonen oder den österreichischen Bundesländern Dialektbeispiele. Mit dieser fast schon Tradition werde ich für die deutschen Bundesländer brechen. Nicht, weil es keine wundervollen Dialekte gäbe, ganz im Gegenteil. Deutschland steht in Sachen Dialekte einer Schweiz oder Österreich in überhaupt nichts nach. Ich werde mich in diesen Beiträgen auf Minderheitensprachen beschränken und lediglich diese herzeigen. Im angepinnten Kommentar, im Kommentarbereich werde ich begründen, weshalb. Dieser Beitrag soll schliesslich ganz dem Saarland gehören. Und das war es auch schon, das Saarland, das Land an der Saar. Das vor 1920 als politische Einheit noch überhaupt nicht existierte und fast vier Jahrzehnte später endgültig und bis heute Teil der Bundesrepublik Deutschland wurde. Merci vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.